Also ich habe begonnen, alternative Medien professionell zu betreiben mit der Ukraine-Krise, mit der Annexion der Krim, Maidan 2014, wie diese ersten Friedensmahnwachen begonnen haben. Da habe ich begonnen, Alternativmedien zu machen, professionell. Dann die nächste Schockphase war dann die Flüchtlingskrise, die Asylkrise 2015. Und ab da kam man ja dann nicht mehr zur Ruhe. Die Themen waren so offen da, dass der Mainstream gezwungen war, weil sie ja als Systemstütze agieren, dass sie gewisse Dinge unwahr berichten müssen und hinbiegen müssen, damit das System weiter erhalten bleiben kann. Und da haben wir uns etabliert. Und jetzt mit Corona war es entscheidend, dass ich gesagt habe, hier bricht so viel auf. Und hier sind so viele Millionen Menschen, haben sich auf einen Prozess aufgemacht, um umzudenken, um sich auch anders zu orientieren im Medienbewusstsein, dass ich gesagt habe, jetzt ist die Zeit reif für so ein alternatives Fernsehen, das auch tatsächlich von den Sehern freiwillig getragen wird, wo man eben nicht ein Abonnement abschließen muss, wo man nicht bezahlen muss, Pay-TV, sondern wo wir sagen, wir stellen alles kostenfrei zur Verfügung. Wir wollen die Reichweite haben, aber wir können es nur so lange machen, solange das auch von den Sehern getragen wird. Und diese Einschätzung war richtig. Es funktioniert jetzt seit einem guten Jahr und wir können ausbauen und wir können uns weiterentwickeln. Und wenn die Zuseher wollen, dann geht es auch noch weiter. Also wir haben ja viele Pläne noch in Zukunft.